Das ist doch gar nicht Patrick. Die hört sich ganz anders an als Barbie. Das sind immer wieder Sätze, die ich unter meinen Videos lese. Leute, aber ich kann euch eins garantieren. Jeder Synchronsprecher, den ich euch vorstelle, hat diese Rollen, die ich ihm zuordne, irgendwann mal gesprochen. Vielleicht gab es eine Umbesetzung, eine Neubesetzung, es hat sich irgendwas verändert in der Stadt, also eine Serie ist von Berlin nach München gegangen oder umgekehrt. Und es gibt ganz andere Sprecher, passiert ja sehr oft beim Synchron. Aber auf jeden Fall wurde die Rolle von dem Sprecher mal gesprochen. Also schreibt bitte nicht drunter, das ist er gar nicht oder der klingt ganz anders. Ja gut, ganz anders klingt er vielleicht, über Mikrofon klingt alles ganz anders. Aber das ist halt so, außerdem spricht man teilweise mit ganz veränderter Stimme, wenn man sich an die Figur auf der Leinwand oder auf dem Bildschirm anpassen will. Aber es sind die Originalsprecher. Okay, ciao.